Töte einen Stier, der sich paart. Na denn. Müssen wir erst warten, bis sich einer paart und dann äh... Hier war ein Spritlaster, der gerade die Straße lang fährt. So, jetzt aber. Hier Zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien. Was für ein Schloss. Da hinten ist eins. Habe ich von hier aus gemacht? Töte einen Stier, der sich paart. Na denn. Müssen wir erst warten, bis sich einer hat. Den habe ich. So, jetzt mit dem Mulchertraktor einen töten! Vorsicht, Bahn frei! Das ist ein Stiermulchen, die bluselig! Erledigt und jetzt einen mit Feuer töten. Ja, Moment! Nicht so nah rangehen! So, wenn das Feuer ausgebrannt ist, können wir wieder... Oh, Boomer! Ach, alles gut! So, da müsste es gehen. Hat geklappt! Aua, mich hat einer von hinten ange... Boah! Die sind irgendwie böse. Ich glaube, wir haben es soweit. Ich komme zu dir. Hä? Gucke mich nicht so böse an. So, jetzt müssen wir wieder zurück nach Falls End, um mit Chasey zu reden. Äh, ja. Und dann haben wir hier die letzte Nebenmission erledigt und dann können wir in den Bunker. über das Gebiet endgültig einnehmen. So, sammle die drei Arten, das haben wir gemacht. Rede mit Chasey. Wolltest du erst einkaufen? Das ist im Spiel so ein bisschen merkwürdig. Möglicherweise war auch das Objekt schon geplündert. Das war keine richtige, vernünftige Aussage. Oh, da hinten ist er. Der ist ja ganz weit weg. Ja, ich hole ein Auto. Auto-Wagen. Aber ein Auto-Wagen. Warte, ich setz mal in den Blickpunkt. Ist aus. Hä? Wo ist mein... Ah, was? Doch. Und Ü-Du. Ü-Du nochmal. Ich, bei mir ist ja aus. Ich hab nochmal geüht. Und zwar so schnell es geht. Ich hab nochmal geüht. Ich hab nochmal geüht. Ja, da bin ich. Du kluge. Ach, meine Güte. Die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzeliger Würstel gelauft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde. Unsere Familie. Unsere Gemeinschaft. Stimmt, wo ist es? Ohne dich hätte ich es nicht geschafft hätten. Und jetzt wirst du dir diese Lendenleckereien schmecken. Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Äh, was zu trinken, auf jeden Fall. Äh, ein paar Drinks später. Oh, mir ist schwummelig. Trinke einen Schnaps. Wo ist denn hier? Da ist ein Schnaps und interagieren. Ich interagiere mit dem Schnapsglas. Guter Schutz. Ähm. Oh, wann? Den haben wir. Ja, gar kein Problem. Können wir doch Schnaps trinken vielleicht? Oh. Ich glaube wir haben einen Kater. Ja, mit einer Mütze. Ja, das geht mir auch so. Aber Prärie aus seinem Ernst ist erledigt. So wirst du auch wieder nicht. Ja. Dann würde ich uns wieder, ähm, nach Falls End beamen. Einmal eben die Waffen. Dann, also ich würde meinen Flammenwerfer gegen einen, äh, Raketenwerfer tauschen. Und dann, ähm, machen wir den letzten Auftrag hier. Und befreien Hudson. Befreien Hudson. Pew, 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 genau. So. So, Mr. Waffenhändler, ich hätte da eine Bitte. E-Boomer hat das Landschild umgeschmissen. So, ähm, Holland Valley, die Fähigkeit zu vergeben. Erreiche John Seeds Bunker. Wo ist John Seeds Bunker? Ich hab, ich, da. Da sollten wir wieder hin, Hubschraubern, oder? Dann beam ich uns mal zum Hubschrauber. Port ist, schade, dass der nicht in Port... Da war auch noch einer, und hier kommt auch noch einer. Das sieht so aus. Ja, dann benutze ich mal. Ich benutze. Jetzt, Achtung, benutzt, benutzt, benutzt. Der Zugang gewährt. Der Zugang gewährt. und der Zugang gewährt... ... ... Vielen Dank.